shira asana eine andere bezeichnung für den kopfstand moritz zeigt wie es geht ausgangsposition ist der fersensitz oder die stellung des kindes von hier ausgehend mess die ellbogen ab so dass sie etwas schulterbreit auseinander sind dann gibt die ellbogen auf den boden falte die hände gibt die hände etwas auseinander gibt den scheitel auf den boden strecke die beine aus wandere mit den zehen zu den ellbogen dann beuge die knie etwas hebe die füße hoch so bist du im halben kopfstand auch genannt arda shira asana dann gibt die knie nach hinten und strecke danach die beine aus halte das hauptgewicht auf den ellbogen kopfstand ist ja eigentlich eher ein ellbogen stand und sorge dafür dass es im nacken angenehm anfühlt halte fußsohlen und waden entspannt drücke die schultern weg von den ohren das ist also shira asana meistens genannt shirshasana shira oder shiras heißt eigentlich kopf und asana heisst stellung und shira asana ist der kopfstand shira asana ist eine gute übung zur entwicklung von gleichgewicht von konzentration von mut shira asana hilft dass das prana hoch zum akne chakra zum punkt zwischen augenbrauen strömt seine gute übung um längere zeit auch dort zu verweilen ist etwas sehr meditatives shira asana entwickelt auch die stärke von oberarmmuskeln und bestimmter schultermuskeln und stärkt auch die halswirbelsäule wie alle kopfstand variationen solltest du shira asana nur so lange halten wie es im nacken angenehm bleibt und du relativ entspannt im gesicht bleiben kannst nachdem du die stellung gehalten hast beugst du die knie und kehrst genauso ruhig wieder aus der stellung zurück in die ausgangsstellungstellung des kindes und entspannst ein paar sekunden lang genauso langsam gehst du hinein wie du hin hinaus wie du hinein gekommen bist mehr informationen über alle aspekte des kopfstandes im wiki punkt yoga-vidya.de oder auch in der yogavidya app suche dort nach kopfstand oder nach shir shasana